Grün oder weiß? Weiß. Ich trage gerne helle Sachen. Party oder Couch? Nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat, gerne Party. Sonst natürlich der Couch. Abend. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft. Ich denke, wenn man über eine gesamte Saison die Spiele gewinnt, ist es schön, am Ende die Trophäe zu bekommen. TV oder YouTube? YouTube. Da guckt relativ wenig Fernsehen im Moment. ID.3 oder ID.4? Ich habe den ID.4 gestern gesehen. Also, ID.4. Das sah gar nicht so schlecht aus. Mathe oder Deutsch? Ja, Deutsch. Mathe. Ich bin durchgekommen, weil ich war nicht unbedingt der Beste. Autostadt oder Fäno? Fäno. War ich lange nicht mehr, aber hat mich damals sehr interessiert. War cool. City oder Allersee? City. Kaffee. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich gehe gerne einen Kaffee trinken. Sushi oder Pasta? Ich nehme die Pasta. Game of Thrones oder Breaking Bad? Breaking Bad. Payton Manning oder Tom Brady? Tom Brady. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise. Notbremse oder Gegentor? Gegentor. Dann kannst du es noch reparieren. Erstes Date im Park oder im Café? Erste Date im Park. Danach kann man gerne mal einen Kaffee trinken. Kopfballtor oder Schusstor? Kopfballtor. Ordentlich oder Chaos? Ordentlich. Sommer oder Winter? Sommer. Saune, Urlaub, Strand. Das gefällt mir besser. Obwohl ich auch sehr gerne Schnee habe. Kino oder Netflix? Kino. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Habe ich alle geguckt. Harry Potter ist nicht so meins. Also ich habe auch immer mal einen Film geguckt, aber es hat mich Herr der Ringe mehr interessiert. Rocky oder Rambo? Rambo. Currywurst oder Pommes? Pommes. Pizza oder Döner? Döner. Döner ist der Klassiker bei mir. Also esse ich nicht oft, aber wenn, würde ich eher einen Döner vorziehen. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Sylvester Stallone oder Bruce Willis? Sylvester Stallone. Habe ich mehr Filme mit ihm geguckt. Das sagt schon, dass ich die Richtung in der Ringe Schauspieler halt mehr mag. Spider-Man oder Batman? Spider-Man. Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio? Ähm... Brad Pitt. Barca oder Real? Barca. ganz wichtig, Messi oder Ronaldo? Ja, Messi finde ich besser. Cannavaro oder Puyol? Puyol. Weil er auch auf dem Platz und neben dem Platz einfach auch so ein richtig guter Leader und auch guter Mensch war, hat mir sehr imponiert. Dann wäre es eine Angelegenheit. Ich schau. Vielen Dank.